Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Shadowverse Arena Ähm, das wollte ich nicht. Ich wollte mal wieder Ticket natürlich nehmen Und, oh Swordcraft, Portocraft, Dragoncraft Ich denke in dem Fall gehe ich mit Swordcraft Weil ich mit Swordcraft einfach am sichersten bin von den Dreien, oh Das finde ich, die beiden finde ich eigentlich ganz gut Was ist, was macht die nochmal? Bär, bappt, bappt Kaffer Kaffer Give plus 1 to a random allied follower Okay Give, f enhance, okay Enhance 9 ist, bottom, das alles Und Rangas Gospel Das ist eigentlich nicht so scheiße Damit bufft man ganz schön Zurück, die meine Partei Follower sind organisiert Und dann fällt jetzt alles von mir hin Interplay and Destroyed Aha Ich denke ich gehe mit, aber ich denke ich gehe mit Man and Soon Moon and Sun Man and Soon Ach du scheiße Moon and Sun und Round Table Assembly Hm Master Samurai finde ich sehr stark Oh Frontline Cavalier ist nicht schlecht Aber ich denke ich gehe mit Nonia und der anderen Frontline Ramparts und Castle Guardian Sehr gut Okay, Hellblindi nehme ich mit Und die andere ist auch keine schlechte Kette Homebound Mercenary and Shield of Flame Ich denke ich gehe mit dem Buffen White General and Flare Knight in dem Falle Okay Ein bisschen High noch spielen Ex Destroyer auf jeden Fall Hier gebe ich mit Eveline und Goblin Machinted und Pollux Oh Okay Frontline Cavalier und Young Oakway Hunter Okay Snow White Cade Sage Und dem anderen Oh Castle Guardian oder Ex Destroyer Ich denke ich gehe mit Ex Destroyer Weil die einfach so mega gut ist Oh Sky Commander Confront Adversity Sky Commander Die kann so Die kann so fertig Die kann so bösartig werden Sky Commander Deshalb Gehe ich lieber mit der Gut Am letzten Mal lief es ja nicht so sonderlich prickelnd Da Okay Das könnte ich sogar gewinnen Am letzten Mal habe ich ja nur Zwei Zwei Spiele gewonnen Ich hoffe, dass das dieses Mal wesentlich besser laufen wird Das sind alles Drei Ich hätte gerne noch was für einen günstigeren Habe ich auch einen mit einem Plat Ich habe da das Gefühl, ich habe sehr, sehr viele mit drei Playpoints Sehr, 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 sehr viele In dem Falle nehme ich Würde ich dann ihn nehmen Flailing halt bringt er nicht so viel Ja, ich denke ich will das Einfach aus dem Grund, weil er dann Wahrscheinlich irgendwie traded oder dergleichen Ich muss halt einfach irgendwas spielen Okay Dinge, die ich spielen kann Ich könnte Aber ich denke ich will das lieber auf und Warte mal was macht noch mal was da von den beiden Pure Bomb Und ich bin jetzt ein Emmy-Followern Okay Okay We're free defense or less Dann nehme ich dann Felt es selber und wieder Und ich gerne den zu Vielleicht ist es doch lieber den Okay Damit komme ich schon klar Hm Hm Da waren die 5-2-Lieder Clash die 1-2-2-3-Lieder Warte mal was kann wer jetzt an den beiden der 22 der 31 ok wenn ich das machen könnte ja das würde funktionieren jetzt ich nur mal kurz wieder gucken zu kuyomi war die die 3 1 hat oder ja 31 gut damit habe ich ein bisschen mir hoffentlich der ist ein commander ja gut das war jetzt ärgerlich dass wir sehr ärgerlich damit habe ich hier der hat nur gegen gegen den bekommt nur den commander ich muss aber spielen deshalb er wolle ich den auch und trete den auch direkt ich muss irgendwie ich muss irgendwie gucken dass ich nicht die dass ich nicht zu sehr die kontrolle hier jetzt abgeben das ist das dass das jetzt auch nur das wichtigste nach möglichkeit sollte ich mir jetzt den die wolf aufbauen für den patching mammoth der wolf effekt ist jetzt nicht gerade schlecht aber auch das ist ein okay mhm 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 Ist das passend? Okay. Ich hätte mich auch ansonsten gewundert, muss ich ehrlich sagen. Ich könnte auch den Goblin wieder spielen. Das bringt mir jetzt nicht so viel. Ich denke, ich werde das hier machen. Ich bin eine klassische Frau. Niemand kommt über mich. Das ist unser Weg raus. Hm, mit Hail Blindy. Das ist doch auch nicht so schlecht. Je nachdem, kann ich gleich mit Rampage und Mammoth gut was machen? Oder Blindy und Mesh und Tattle vielleicht? Ich kann überall fliegen! Hm. 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 Das kann ich natürlich auch, aber ich denke, ich mache das. Hm. Das war doch mal nicht so schlecht. Ich könnte dich nicht schützen. Ich könnte dich nicht schützen. Das ist unser Weg raus. Okay. Jetzt wird er dann mit Tuppets wahrscheinlich killen, oder? Hm. Ach du Scheiße. Ist das nicht nett? Das ist Gott sei Dank kein Artefekt. Gut. Aber hiermit kann ich jetzt noch. Hiermit kann ich jetzt noch machen? Ich kann... Hm. Ja, das funktioniert. Warte mal. Ich kann... Oh fuck it. Ich habe gedacht... Wieso... Warte mal. Ich kann... Oh fuck it. Ich habe gedacht... Wieso... Warte mal. Das war der Fehler gewesen. Ich hatte keinen Officer. Oh shit. Das war der Fehler. Fuck it. 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 Fuck it, ey. Das war... Das ärgert mich jetzt nicht echt. Ich hatte den Zettkackt. Ich habe den Zettkackt. Ich habe den Zettkackt. Das war der Zettkackt. Ich habe den Zettkackt. Das ist nicht gut, das ist nicht gut gerade. Ich hab das da eben halt einfach sowas von komplett verkackt. Ah, das ärgert mich, oder? Da wird Herr Bindi jetzt wegtraden. Okay, mit Young Okanther kann ich den aber killen. Das will ich auch machen. Die Frage ist halt, was kann ich jetzt machen? Hm. Ich denke, ich spiel nochmal Axis Toy. Ich liege zu weit hinten gerade. Er kann mich jetzt im Grunde niederrushen. Ich hab sie mit... Ich hab sie mit Mechantette kaputt gemacht, weil... Weil ich... Weil ich... Weil ich nicht gedacht hatte, dass ein... Dass das ja kein... Officer ist, sondern... Dass sie nur Officers buffen kann. Ich... Ja, toll. Ich hab's probiert, was... Ich hätte... Ich hätte sowieso nicht mehr gewinnen können. Der hätte... Der F-Erschung und der Tod gewesen. Ah, das ist echt... Das mit Mechantette war ja der Fehler. Ich hätte dann... Nicht Mechantette spielen dürfen. Hm. Das ärgert mich tierisch. Das ärgert mich immer noch so extrem gerade. Dieser... Beschissene Fehler. Oh, okay. Gut. Du musst sterben. Bleib zurück. Ich hab's covered. Nope. Die kommt schon mal raus drauf. Hm. Okay. Pollux ist, wenn... Ist der ist ein Allieden- und Starcraft-Follower. Ah, okay. Gut. Schade. Das bringt mir gerade nichts. Das bringt mir gerade nichts. Hm. Ja, ich denke in dem Falle spiele ich... Sie, dann kann er da traden. Dann spiele ich gleich Moon & Sun. Und im Zug darauf kann ich dann Pollux spielen. Hm. Vielleicht zumindest. Okay. Oh. Interessant. Hm. Frontline-Kavalier. Das bringt mir gerade nicht so viel. Was mach ich jetzt? Ich denke... Ich nehm einen mit. Ist besser so. Was mach ich jetzt? Ich denke... Ich nehm einen mit. Ist besser so. hogs. Äh. Äh. Noch... Kann man... Okay. Wird er jetzt face gehen? Das wär natürlich super... Jaaa. Geht doch. Das war für mich natürlich sehr, sehr gut. Jetzt kann ich nämlich schonbnvoll usbben. your praises kaste gut ich habe noch einmal extra steuer ok ja ok Die Dinger, die ich jetzt tun kann, ihn hier, einmal hopp, und noch einmal zu Kuyomi wieder. Ich habe auch noch, jetzt habe ich noch einmal Ex-Distory und Rampaging Mammoth auch, okay, Lion Champion, gebufft, okay, ist mir egal, habe ich ja Gott sei Dank kein Problem mit. Gut, viel Spaß damit. Hm, ich könnte jetzt mit, ich denke ich mache die Kombi. So, mal sehen, was er jetzt macht. Ich habe mir jetzt erstmal ein bisschen da wieder aufgebaut, okay, Ex-Distory. Okay, interessant. Hm, die Frage ist jetzt, spiele ich jetzt Rampaging Mammoth? Äh, da musste ich hoffen, dass gerade, ich kann natürlich auch, ich, wie gesagt gehe ich auf, ich gehe wie, ich gehe das Wesokon nicht ein. Ich gehe auf Nummer sicher und mache das. Ok,遊 Warte mal, was kann die nochmal? Hm, ich sammle einen Heavy Knight, okay. Und, äh, plus one for each and storm, aha. Gut, Dinge, die ich tun kann. Hm, ich kann natürlich... Ja, ich spiel die. Da vier einmal. Geh face und hoffe, dass er mich jetzt nicht im One-Hit killen kann. Schade. Aber das geht auch noch. Hm, 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 das geht. Damit habe ich gewonnen, bin ich der Meinung. Okay, eins, zwei. Das Bärmösschen, ja. Ha! Ein exemplarischer Kampf. Oh. Wenigstens das jetzt gewonnen. Diesmal habe ich mich aber auch nicht so blöd angestellt wie eben. Gut, die nächsten auch noch, dann sind wir wieder mit den drei Matches für heute durch. Ich habe zwar dieses Mal nicht so viel Gold wie die letzten beiden Male, aber ich habe wieder einiges an Kartenpacks angesammelt, das, ähm, das heißt einiges, ja, aber doch, doch, der hat sich schon eine gute Menge an Kartenpacks wieder angestaut. Von, 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 seit dem letzten Mal, die können wir dann wieder nächsten Folge schon öffnen. Oh, halt dann nochmal weg. Hm. Das geht doch mal als Star-Ton ganz gut. Hm. Ich habe irgendwie das Gefühl, Rontelware Assembly ist ja ziemlich scheiße in dem Deck. Komm, wop. Je nachdem, wer schon spielt, kann ich entweder mit Sheet of Flame direkt killen oder Vercury of Chaos machen. Mit dem Pfeil ist er kann er zwar ein Köln aber erhält. I don't really give a damn. Oh, das ist fies. Das ist, äh, das war jetzt scheiße, war aber das einzige, was ich machen konnte. Das ist jetzt ziemlich blöd, das Ganze, okay. Hm. Ja, wenigstens etwas, Castle Guardian. Für Castle Guardian kann ich gut arbeiten. Vor allem, wenn der jetzt noch überlebt, dann kann ich mit Snowcat, mit Snow White Cat Sage, den noch schön buffen. Hier und jetzt, deine Destruktion. Kommt schon, Rush, ja. Das kann nicht passieren. Geh, weg. Och, Menno. Das ist doch ärgerlich. Okay, dann buffe ich den. Also, wie wollen wir ihn? Einmal Traden, der heilt sich jetzt. Den kann ich dann hoffentlich, hoffentlich, dann auch mal, werfen mit Snow White Cat Sage, weil dann ist er schon, ziemlich, relativ gut. Ansonsten, fuck, der kommt gleich in den, Overflow Bereich, ja. Der könnte blöd für mich, oh, fuck, yo. Okay, ich sehe es schon kaum, echt ist teuer und platt machen. Das bringt mir gerade leider nicht sonderlich viel, vor allem, weil... Die werden beide, die werden beide halt, äh, neutral und es wäre nicht gut geendet für beide, leider. Okay, ich bin doch jetzt am Entwägen, yay, okay. Hm. Jetzt hingegen... Jetzt gehe ich voll hemmen. Schade, das reicht jetzt. Oh. Oh, interessant. Hm. Und da kann ich jetzt noch evolven, fuck it. Oh, fuck it, ey. Das ist doch reizend, ey. Es ist doch reizend, ey. Ich werde das wieder verlieren. Er wird jetzt traden, weil alles andere wäre dämlich. Außer kann er mich in One-Hit killen. only do but... To the depths of the Abyss. Ja, ja. Na klar. The darkness doesn't end. You wouldn't. What a extraordinary melody. Fuck it ey. Ach du Scheiße, ich bin so auf dem Arsch. Ja, das kann ich nicht gewinnen. Da bin ich mir ziemlich sicher gerade, dass ich das nicht mehr gewinnen kann. Hm, ich... Probier einfach nochmal... Probier einfach nochmal das Beste, was ich machen kann. Aber... Wie... Ne, er kann sowieso Evolven und mich killen. Ne, das ist... Äh... Ärgerlich. Das war mal wieder sehr, 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 sehr ärgerlich, die Folge. Jetzt beende es doch endlich, du Arschgeiger. Du kannst diesen! Du würdest nicht! Du kannst diesen! Eine exemplarische Behandlung! Es war mal wieder... Scheiße. Anders kann ich es nicht sagen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao! 꺼... Bis zum nächsten Mal.